Jochen, warum spielst du noch nicht? Was ist da los? Ja, kein Benutzernamen, nur Atmen. Das passt doch. So ist der Originalzugang gewesen. Warum springt da ein Hufschrauber de Kampf? Warte, warte, warte. Ja, der darf nicht wegfliegen. Nicht rangehen, nicht rangehen, nicht rangehen. Und jetzt haben wir das gleiche Problem wie sonst auch. Wir müssen die ausschalten. Wir müssen die Typen ausschalten und dann den Heli klauen. Schön wegsnipen. Ja, also, jetzt hier. Einer muss aufpassen. Die müssen zuerst, weil die sind diejenigen, die halt wegfliegen. Das ist der Käpt'n. Ich nehme die drei. Nee, ich nehme die zwei. Oh, eins. Risiko. Du nimmst die eins, ich nehme die zwei, okay? Moment, an die eins komme ich aber gerade nicht dran. Dann nimm die drei, mein Gott. Jetzt mach eins, drei, zwei. Ich hab eins schon, ich hab schon eins. Nein, ach Gott, dann nehme ich die drei. Gut, ich bin bei eins. Drei, zwei, eins, Schuss. Okay, daneben, super. Die eins ist tot, hast du ja wohl gesehen, ne? Die zwei auch, verrückterweise. Da gehört sich in den Hubschrauber eingestiegen, Junge. Das kannst du wohl vergessen. Dann lass dich rein und mal laschen, dann kann man die verhören vielleicht gleich. Hm, den kann man nicht verhören. Na? Auf jeden Fall ist der Hubschrauber nicht weg. Ja, das ist sehr gut. Weil ich den weggeschossen hab, der da wegfliegen wollte. Ja, so schaut's aus. Der Papa hat's... Ja, verhören mal, verhören mal. Riss. Und, hast du ihn, hast du ihn? Ich kann verstauen und niederschlagen. Oh oh, hinter mir. Hinter mir. Gar nicht so nette Jungs da. Von rechts oben irgendwo auch noch. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Hier, das ist der... Achso, das ist der hier eingepackt, oder was? Was ist denn ein Fahrzeug ist das? Der fährt mit einer Raupe weg. Mit so einem... Achso. Katerpillar, wie das Ding heißt. Ja, wie soll... Wie sieht's aus? Hubschrauber, oder what? Ja, wir müssen irgendwas noch hier... Den müssen wir hinten kriegen. Den hinten müssen wir kriegen. Nein, laber doch keinen Scheiß. Du brauchst eine Hubschrauber. Der hat doch ein Ausrufezeichen, hat er doch. Wo? Bei mir hat er kein Ausrufezeichen, aber... Bei hinten ist wohl ein weißes Ausrufezeichen, aber das ist ein bisschen weiter weg. Das ist ganz schön weit weg. Wartet auf mich, da müssen wir hinfliegen. Ja, pass auf, einer muss den rausschießen. Wenn er aussteigt, dann muss einer abspringen, den verhören. Ich sitze. Also hier liegen noch Kingslay-Aktien unter einer Waffenkiste, nur zur Information. Ja. Oh, 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 oh. Dann fliegen wir gleich wieder zurück. Kann ich den noch abschießen hier, Hubschrauber? Du musst den auch rausschießen, dass der stehen bleibt. Dann steigt der aus. Wenn ich den anschieße, oder was? Endlich ist überleben. Irgendjemand ist wohl gegen den Berg geflogen. Kann das sein? Irgendjemand hat auch die ganze Zeit Schwierigkeiten, irgendwie zu verstehen, was man machen muss. Dass man die ganze Zeit sich nicht konzentrieren kann. Ja, Mike, das tut mir leid, dass du diese Probleme hast. Verstehe ich nicht, warum du so Probleme hast, Mike. Hier ist schon wieder Gewitter. In noise. Wow, 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 wow. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Komm rein, komm rein, komm rein. Oh. Schön, dass du mich über den Haufen getraut hast. Ja, schön, dass du mir fast auch rennst, ey. Du bist mir vor das Auto gelaufen. Du wolltest einsteigen, aber das hat nicht so ganz geklappt. Das besteht aus meiner Perspektive, das war mehr so ein... Das ist quasi wie dieses... Andere? Nee, wie... Far Cry nur geiler. Fail Cry. Wieso nicht Fail Cry nur... Ich bin nicht mehr so... 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 Vielen Dank.